Assalamu alaikum, liebe Freunde, hier ist Amor Ben Hamida im sonnigen Tunesien. Ich freue mich, euch folgendes Angebot machen zu können für alle Freundinnen und Freunde Tunesiens im deutschsprachigen Europa. Ich möchte gerne ein Wochenende organisieren, an dem am Samstag Kultur, Religion, Traditionen, Geschichte, Aktualitäten, Zukunftsszenarien der arabisch-islamischen Welt in verschiedenen kurzen Referaten und auch in kurzen Lesungen aus meinen Büchern vorgetragen werden. Und am Sonntag würden für diejenigen, die dann nochmal kommen möchten oder bleiben möchten, würden wir einen tunesisch-arabisch-Crash-Kurs organisieren. Circa acht Lektionen und zwar mit Wortschatz, Schrift selbstverständlich, ein paar Schreibübungen, kurzen Dialogen. Also das wäre dann die Basis für die Weiterführung eines Kurses oder aber auch die Basis für kurze Gespräche, die man verstehen. Oder vielleicht sogar führen kann in Tunesien. Ihr bekommt dazu selbstverständlich entsprechende Unterlagen, Tondateien, Videodateien und PDF-Dateien. Wer an einer solchen Idee interessiert ist, also Samstag Kultur, Geschichte, Traditionen, Fragen und Antworten, Do's and Don'ts auch zu unseren Beziehungen in Europa, zu unseren kulturellen Beziehungen. Und am Sonntag Sprach-Crash-Kurs tunesisch-arabisch, der kann mich im Moment schon kontaktieren. Ich arbeite in den nächsten zehn Tagen dann am Angebot. Und wer einen solchen Event sogar selber organisieren möchte für zehn bis 15 Leute in einer Stadt wie Stuttgart, München, Wien, Zürich, ebenfalls bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Herzlichen Dank aus dem sonnigen Tunesien noch einmal. Amor ben Hamida.